Heute schaut es echt voll auf meinem Tisch aus und es kommt wieder was zum Thema Kind im Krankenhaus oder Kind beim Arzt. Wie kann ich meinem Kind spielerisch Krankenhaus oder Arzt beibringen? Das Thema ist für mich unfassbar wichtig, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr einfach zuhört und zuschaut und vielleicht auch eure eigenen Erfahrungen einfach mal erzählt. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Aufmerksam geworden bin ich auf dieses Set durch diese zwei kleinen Sachen, das schauen wir aber jetzt gleich mal rein. Und zwar haben wir von Our Generation, das ist Our Generation macht Puppen, die sind ganz schön groß, so wie die Schachtel aussieht. Ich kenne die in live noch nicht, aber aufmerksam geworden bin ich auf Our Generation durch diese zwei Sets, weil ich bin ja immer auf der Suche nach Spielsachen, die was mit Arzt und Krankenhaus zu tun haben. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da so habt, was ihr da so empfehlen könnt. Und zwar ist das eine, einfach dieses Set, da sind zwei Krücken drin, da ist eine Halskrause drin, da ist eine OP-Haube drin, ein Gips, ein Verband und so, das machen wir gleich mal auf. Und dieses andere kleine Set ist mir auch in die Hände gefallen. Da haben wir ein Stethoskop, ein Fieberthermometer, eine Spritze und ein Blutdruckmessgerät drin. Aber das Allerwichtigste ist, was wollen wir mit diesen ganzen Sachen, wenn wir niemanden haben, mit dem wir das machen können. Und deswegen gucken wir erst mal, wen wir da drin haben. Äh, Harry, gehst du mal bitte vom Tisch runter? Du bist kein Spielzeug, mach dir da. Das ist wieder die kleinste Schere, die ich habe, um das aufzumachen. Aber, so, jetzt geht's los. Oh mein Gott, sind die groß. Die ist echt groß. Die ist richtig, guck mal. Das passt gar nicht komplett ins Video rein. Hey, wer bist du denn? Ali, guck mal, wie süß. Die ist richtig cool. Und die ist halt auch echt groß, wirklich. Guck mal, wie viel wir diesmal haben hier, um zu entfernen. Ich würde die ja auch wieder gerne in die Schachtel, danach in die Schachtel reintun. So, hier oben geht's auf. Hoppala, hier oben geht's auf. Wie süß die ist. Gefällt mir jetzt schon. Ab der Our Generation, kennt ihr die? Weiß gar nicht, von welchem Unternehmen die ist. Weil hier hinten ist ein echtes Kind drauf und da gibt's auch eine Geschichte dazu. Vielleicht hat ja jede Puppe ihre eigene Geschichte. Klärt mich mal auf. Ich glaube, die ist nicht so verklebt, wie die anderen das sind. So. Und die hat sogar Augen, die auf und zu gehen. Augen. Hier ist wieder Tesa dran und unter dem Tesa, also unter dem Klebeband, ist erst das, was man aufschneiden muss. Leute, das geht so nicht. Wie gesagt, diese Schere ist halt alles andere als geeignet, aber ich hab jetzt gar keine Lust aufzustehen und irgendwas anderes zu machen. Sowas ist halt auch schön als Geschenkmal oder so, ne? Selbst wenn ihr keine Kinder mehr habt oder wenn ihr nicht mehr in der Spielzeugwelt unterwegs seid, könnt ihr sowas halt auch wirklich gut verschenken. Weil es auch mal was anderes ist, als immer so die klassischen Sachen, die man so hat und kennt. Und ich finde, es ist wirklich sinnvoll. So, holen wir das ja auch gleich raus. Und dann können wir gleich diesmal schon starten. Ne, können wir doch nicht. Hier ist noch die Dummies. Ich hab das jetzt ausnahmsweise mal andersrum, sorry. Und hier auch. So, wir haben sie schon draußen. Sie hat rote Haare. Und sie ist richtig, richtig schön. Und auch stabil. Und sie kann stehen. Ihr wisst, dass ich es gerne mag, wenn Puppen einfach stehen können. Hier unten hat sie noch ein bisschen Folie. Wir müssen mal gucken. Der Zopf hier ist aber... Und sie hat kein Zubehör dabei. Also es ist wirklich nur die Puppe. Die Haare haben wir aufgemacht. Sie kommt mit einem Haarreif. Und hier unten hat sie noch an den Schuhen was dran, dass die Schuhe nicht runterfallen. Sie hat auf jeden Fall... Guckt mal, wie süß. Sie hat auf jeden Fall eine Strumpfhose an. Sie hat ein Kleidchen an. Ich glaube, es ist so eine Ballerina. Die Arme sind soweit beweglich. Der Körper ist aus Stoff. Also der ist weich. Man kann die Arme bewegen, aber sie bleiben nicht so. Genau. Und sonst... Also so hinsetzen geht. Genau, hier unten hinsetzen geht. Aber sie knickt die Beine zum Beispiel nicht ab oder so. Aber das ist jetzt für mich auch nicht wichtig. Bleibst du sitzen? Genau. Also sie kann auch sitzen. Und ich finde sie wirklich schön. Die Haare sind auch toll gemacht. Und die Augen haben Schlafaugen. Guckt mal. Wenn man sie hinlegt, schläft sie. Wenn man sie hinstellt, dann wird sie wieder wach. Boah, jetzt ein Auge offen und ein Auge zu. Ey, was machst du? Ich wollte doch gucken, dass die Leute dich mal sehen. Also sie ist wirklich richtig schön. Richtig schön. Und jetzt legen wir dich mal daher. Und dann gucken... Oder wir setzen dich her. Mit dem Sitzen, muss ich sagen, klappt jetzt gerade nicht so gut. So. Aber da fällt sie immer irgendwie ein bisschen um. Stehen kann sie, aber sitzen muss man ja gucken. Aber sie ist ja auch eine Ballerina. Guckt mal. Das kann sie so sitzen. Und dann machen wir hier mal das erste Päckchen auf. Und schauen gleich mal, was da so drin ist. Wir hätten uns eine andere Schere holen sollen. Einfach eine andere Schere. Oder? Nee, das geht nicht. Es geht nicht. Okay. Aber Leute, dieses Öffnen und dieses Verklebte. Ich weiß es nicht. Warum? Warum? So. Jetzt aber. Hier ist auf jeden Fall, was ich richtig cool finde, ist einfach eine Krankenakte. Schaut mal, das ist so eine richtig kleine Akte. Noch nicht digital. Aber die haben wir. Und da ist so ein Zettel mit Name, Geburtsdatum und was man vielleicht da so machen kann. Es ist schade, dass da kein Block dabei ist, sondern dass es wirklich nur diese eine Zettel ist. Finde ich wirklich schade. Kann man da rein machen. Und dann hat man hier schon mal die Krankenakte zum Patienten, zur Patientin dazu. Diese Zets sind extra bestellbar, sind bei Amazon erhältlich. Die habe ich euch natürlich auch in meiner Bio verlinkt. Könnt ihr einfach mal nachschauen. Also gibt es auch die unterschiedlichsten Puppen von Our Generation. Und es ist ein Stethoskop dabei. So ein richtiges Stethoskop. Gehört einfach dazu. Kann man mit den Kindern dann abhören lernen. Kannst du auch mal machen, oder? Hier. Einfach mal abhören. Geht das? So, jetzt kannst du dein eigenes Herz hören. Schau mal. Und? Wie hört sich das an? Ich glaube, es hört sich gar nicht so schlecht an. Ja. Sehr gut. Das haben wir. Dann haben wir so eine richtig kleine Spritze. Die ist sogar wirklich sehr realistisch. Aber geht sie auch? Oh. Jetzt habe ich es... Nee, nicht kaputt gemacht, aber... Also es ist wirklich so, wie eine echte Spritze aussieht. Kann man auch spielen. Das Einzige, was ist... Also ich habe das jetzt mal eine lose gemacht. Und jetzt fällt es einfach raus. Das finde ich schade. Aber vielleicht hat das ja was mit der Sicherheit der Kinder zu tun oder so. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass man hier eben auch sowas realistisch zeigen kann. Wir haben mal ein Fieberthermometer. Das gehört auch dazu. So, einmal Fieber messen. Super gut gemacht. Kein Fieber. Und wir haben hier eine Blutdruckmanschette. Kann man hier unten sogar drücken. Geht ein bisschen streng, gerade für Kinder, muss ich sagen. Und hier haben wir die Manschette. So, guck mal. Das drehen wir jetzt hier dran an deinen Arm. Und da kommt jetzt dann Luft rein. Dann wird es ein bisschen eng. Dann können wir gucken, wie dein Blutdruck ist. So, einmal Blutdruck messen. Mit dem Stethoskop natürlich dazu. Einfach auch hier hören. Und dann haben wir hier einen Blutdruck von 110 zu 60. Gut. Also bitte nagelt mich nicht fest auf Werte. Ich habe das jetzt einfach so gesagt, weil das nicht relevant ist, ob das stimmt oder nicht. Aber es könnte sogar stimmen. Ist ja nicht so, dass ich kinderkrankenfester wäre. Also das haben wir in dem ersten Set. Und in dem zweiten Set haben wir diese Sachen alle. Und da gucken wir jetzt mal, was wir damit anfangen können. So, und auch das machen wir wieder auf. Holen das hier raus. Oh, das mit dem Sitzen klappt aber nicht so gut, ne? Oder wie siehst du das? Boah, auch das ist wieder übels verpackt. So, so. Ich weiß auch, was das alles ist. Also es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das sieht aber komisch aus. So. Hier sind auf jeden Fall Pflaster dabei. Dann haben wir hier noch mehr Pflaster. Das ist, glaube ich, weiß ich noch nicht, was das ist. Hier ist ein Zettel, habe ich gerade gefunden. Our Generation. Hair Care Guide. Das ist sogar ein Hair Care Guide. Ja. Ist das auch auf Deutsch? Ja, genau. Wie werden meine Haare gebürstet? Also da steht auch dabei, wie man die Haare am besten kämmt, sodass die auch wirklich lange haltbar ist. Kein Föhn verwenden. Nicht übermäßige Hälze aussetzen. Du kannst sogar die Zöpfe flechten, kleine Locken machen, ja, und behutsam bürsten und so. Also auch das ist dabei. Aber bei der Puppe, natürlich hier nicht bei dem Set. Da haben wir einen kleinen Verband, Plaster, eine Verbandschere. Oh mein Gott. Das ist auch süß. Also ihr könnt hier wirklich ganz viel mit euren Kindern irgendwie üben oder spielen. Und hier gibt's... So. Jetzt schauen wir uns das auch mal genau an. Also. Wir haben hier unter am G-Stützen, also Krücken heißt das. Die schauen auch wirklich sehr, sehr echt aus und sind auch so wirklich... Also sehen auch so aus, wie sie in der Wirklichkeit aussehen. Dann gucken wir doch mal, ob das hier auch wirklich gut passt. Also. Du gibst deine Hand da rein. Und das machen wir hier. Nicht ganz von der Größe, aber fast. Aber es passt. Doch. Es passt. Also hier seht ihr wirklich, dass es richtig gut passt. Und das ist schon realistisch gemacht. Also. Daumen hoch für die Krüppel. Hier ist ein Cold Pack. Also es ist... Da kommt Eis rein, wenn man jetzt zum Beispiel eine Beule am Kopf hat oder so. Hier kann man Eis rein machen. Dann hat man eine Beule am Kopf. Und dann kann man das da hin halten. Irgendwo. Ich hätte gedacht, das ist, wenn einem übel wird. Weil im Krankenhaus gibt's auch diese kleinen Tütchen, die man einfach aufmacht. Und wenn einem schlecht ist und man muss sich übergeben, dann kann man sich da rein übergeben und macht zum Beispiel das Bild nicht voll oder so. Also ich glaube, da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Ich finde das sehr süß. Es ist aus Stoff. Also hier oben ist Kunststoff drauf. Hier unten ist wirklich Stoff. Und dann kann man einfach gucken, für was man das verwenden möchte. Aber es kann für vieles verwendet werden. Das hier ist eine Augenbinde. Als wenn man sich das Auge verletzt hat, wird das Auge ja meist abgedeckt. Da wird dann unten drunter zugeklebt oder verbunden. Und dann kann man hier zum Beispiel das Auge zumachen. Und so kann man dann mit den Kindern auch sowas üben. Das ist auch völlig okay. Und auch normal ist es dann im Krankenhaus, gerade wenn man mit den Augen was hat. Eine Augenoperation zum Beispiel oder eine andere Verletzung oder eine Verletzung. Was hier noch dabei ist, das würde ich aber jetzt ungern aufkleben. Kinder, die nicht geradeaus gucken können, also die schielen. Da wird immer ein Pflaster auf die Augenseite geklebt, die halt stark ist. Dass das Auge, was schielt, eben lernt wieder geradeaus zu gucken. Und diese Pflaster sind da auch dabei. Kann man hier einfach so draufkleben. Ich finde das cool. Ich habe das früher bei meinem Sohn auch gehabt. Und er hat diese Augenpflaster gehasst. Und wir haben dann irgendwann auch dem Teddy immer ein Augenpflaster geklebt. Und dann ging das halt voll gut. Er hat dem Teddy ein Augenpflaster geklebt und ich meinem Sohn. Und das hat wirklich gut geklappt. Deswegen finde ich auch diese Augenpflaster hier wirklich sehr kreativ, muss ich sagen. Wir haben hier auch eine Halskrause dabei. Also wenn man zum Beispiel einen Unfall hat oder sowas und man muss die einfach tragen, dann kann man die hier... Ist das eine Halskrause? Wirklich eine Halskrause? Eigentlich schon. Dann kann man die hier zumachen und dann hat man hier auch eine Halskrause. Gerade bei Halswirbelsäulenverletzungen und sowas wird das benutzt, verwendet. Und auch wenn ihr glaubt, dass eure Kinder niemals in ihrem Leben eine Halskrause brauchen, was ich auch hoffe, es ist nie schlecht. Man konfrontiert die Kinder schon im Vorfeld damit. Also auch mit einer Halskrause können die Kinder ruhig im Vorfeld konfrontiert werden, und dass sie einfach wissen, was es alles gibt. Und dann kann man im Krankenhaus immer noch sagen, so hey, weißt du noch damals, bei deiner Puppe haben wir das doch auch gemacht. Und das hat super gut geklappt. Und so funktioniert es halt jetzt auch. Wir haben hier einen Gipsfuß. Den kann man so auf... Geht ihr denn auf? Also eigentlich kann man den sicherlich aufmachen. Da ist jetzt nicht... Ah, hier. Einfach ziehen. So, das hat so kleine Haken drin. Hier, könnt ihr so. Und dann machen wir mal den Schuh da weg. Und geben den Fuß da rein. Und machen das Ganze wieder zu. Und schon ist der Gips dran. Gerade Gipsen oder Verbände oder so. Das ist übelst wichtig, dass Kinder damit vertraut sind. Dass sie einfach auch Vertrauen haben. Dass sie wissen, so hey, es kann ein bisschen wehtun, aber ich habe das schon mal gemacht und ich kenne mich damit auch schon ein bisschen aus. Es gibt so eine kleine Verbandsschere. Die ist halt wirklich wie eine echte Verbandsschere. Da kann man den Kindern auch erklären, dass zum Beispiel das hier unten, wenn man so nah am Körper, ein Verband aufschneidet. Damit kann man die Kinder nicht schneiden. Weil hier so ein kleines Ding dran ist, was so auf der Haut gleitet quasi. Und dann das piekst nicht. Also da haben Kinder ganz, ganz oft auch Angst davor, dass sie mit dieser Schere gepikst oder geschnitten werden. Wir haben hier noch einen Verband. Das ist auch ein richtig schöner, realistischer Verband. Also der ist auch wirklich so nicht aus Plastik oder aus Klett oder so, sondern es ist halt wirklich ein Verband. Den kann man da drum wickeln. Und dann hat man sogar hier so eine kleine Pflasterrolle, dass man das mit dem, also dass man den Verband zum Beispiel festkleben kann. Wir hatten doch noch Pflaster, wo sind, ach hier sind sogar zwei Pflasterrollen dabei. Also Pflasterrollen für Verband gibt es genug. Und hier haben wir sogar echte Pflaster, echte kleine Pflaster. Und wie die, wenn natürlich weg sind, dann kann man auch normale Pflaster nehmen mit den Kindern. Ich empfehle immer so das Pflaster so am Handrücken zu üben oder wenn man so ein Knie eine Verletzung hat oder auch mal hier an der Schläfe, gerade am Handrücken oder sowas, übt man mit den Kindern dann auch vielleicht mal, wenn die eine Infusion bekommen müssen, dass sie einfach da schon mal auch Pflaster vielleicht hatten. Dass man sagen kann so, hey, es gibt so einen kleinen Pieks, da kommt dann die Infusion für die Medizin rein und dann kriegst du so ein Pflaster, wie die Puppe das hat oder hatte damals und so. Und so hatten die einfach schon mal Berührung damit. Sie hat jetzt hier einen Gipsfuß und kann natürlich mit dem Gips nicht so auftreten. Das ist auch so ein Ding. Ich kenne viele Kinder, die nicht verstanden haben, warum darf ich mit einem Gips nicht auftreten. Es gibt ja Gipse und es gibt aber auch Gipse, mit denen man einfach nicht auftreten darf. Und auch das kann man mit den Kindern dann wirklich gut üben und die da langsam heranführen. Bei geplanten Krankenhausaufenthalten ist es natürlich gut, die Kinder im Vorfeld zu informieren, aber manchmal geht es halt nicht. Manchmal gibt es halt Notfälle, Unfälle oder was auch immer. Und deswegen wirklich im Vorfeld auch schon mit den Kindern üben. So, gut. So, gut gemacht. Also es ist wirklich süß hier auch mit denen. Und sie kann damit auch stehen. Wir haben also, es waren drei Sets. Es ist jetzt einmal die Puppe selber. Die kommt ohne alles, nur das, was sie halt wirklich auch am Körper hat. Und vielleicht noch ein Accessoire, wie zum Beispiel hier hat sie diesen Haarreif noch oder dieses Haarband. Dann hatte ich das zweite Set. Das war eher so dieses Set, was man pflegerisch einfach hat, um Blutdruck zu messen, um eine Spritze zu geben, um zu üben. Wir hatten das Stethoskop und wir hatten das Fieberthermometer drin. Und wir hatten natürlich die Patientenakte. Das war das erste Set. Und das zweite Set war dann wirklich auch so diese Krücken. Wir hatten den Gips. Wir haben diese Verbandsschere. Wir haben den Verband und zwei Pflasterrollen einfach auch dabei. Das sind immer die Pflasterrollen. Dann haben wir diese Augenbinder. Und wir haben den Eisbeutel oder die Brechtüte. Das kann man verwenden, wie man möchte. Wir haben die Augenpflaster, wenn die Puppe schielt zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt. Das sind hier diese drei. Wir haben normale Pflaster. Da sind auch zwei so Streifen dabei. Und wir haben natürlich auch diesen Gips, den man einfach hier aufmachen kann. Das war im zweiten Set alles dabei. Den macht man auf. Und jetzt ist die Puppe wieder geheilt, hatte sechs Wochen Gips. Kann jetzt Physiotherapie machen. Und das war es eigentlich. Ich finde das mega cool. Man kann so viele Sachen davon machen. Und also wirklich, Leute, wie schön ist sie. Sie ist doch wirklich schön, finde ich. Also sie sieht wirklich gut aus. Und die fühlt sich auch gut an. Das mit dem Sitzen finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Aber dafür steht sie halt von alleine. Und sie hat einen weichen Körper. Also die Kinder können, wenn sie mit Katze... Harry... Ich glaube, er hat kein Essen mehr. Also die Kinder können auch, wenn sie mit ihr ins Bett gehen zum Beispiel oder so, sich drauflegen. Und es ist einfach nichts hart. Ich finde Our Generation gut. Das Konzept, was dahinter steckt, werde ich mir noch anlesen. Weil ich glaube, da stecken immer schöne und gute Geschichten dahinter. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr da was davon habt. Was ihr davon habt und wie ihr das findet. Und wenn ihr auch noch mehr Krankenhaussachen oder sowas habt, die man einfach hier auch mal vorstellen kann, schreibt es mir auch. Ich sage, das war's für heute. Und ich sage einfach auch, bis zum nächsten Mal.